Glück auf meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu Plex Liga, diesmal gegen den haushohen Favoriten Clever. Hallo. Hallöchen. Ja, erzähl wie viele Minuten du diesmal brauchst, um gegen mich zu gewinnen. Auf ein gutes Spiel. Ja. Natürlich habe ich schon diese Fraktion gegen dich, okay. Schauen wir doch gleich mal nach. Hallo. Das Matchup hatten wir doch schon mal. Hatten wir das? Ja, aber ich glaube, das war so ein Just-for-Fun-Spiel quasi. Nee, nee, das war das, äh, war das gegen dich oder gegen Luxus? Sein von euch war ein, weil es war im Turnierspiel mal. Das kann sein, das war gegen Luxus. Ja, das kann sein. Da hat er dich dann mit Orcs vollgesammelt. Ja, das wird Clever jetzt genauso machen. Ich habe nichts dagegen machen können. Da bewegt sich der Bauweise auch nicht. Da muss er gar nicht gucken, wo er hingeht. Da sind halt keine Rohstoffe da. Ja, aber allein wenn du dich bewegen würdest, wüsste ich schon mal nicht, ob du jetzt hier gar Hüter baust oder... Ja gut, das ist dann das Mindgame von den... Richtig. Von den Vollprofis quasi. Ja, und wenn du ihn schon mal irgendwo hinbewegst, wo du bauen willst, darfst du den Laufweger verkürzen. Die Zeit. Mal sehen, brauchst du Korsaren, oder? Da würde ich eh keinen Unterschied machen, aber... Komm ins Getümmel! Fallt nicht zurück! An eure Waffen! Ah, das ist gut. Feines Zwerg. Wo werde ich gebraucht? Wir haben noch viel zu tun. Jetzt wird gekämpft! Wo baut man hier am besten seine offensiven Minen? Wo muss man gucken? Unsere Feinde sind hier! Macht eure Waffen, Zwerge! Macht euch bereit, Zwerge! Ich muss ein paar Punkte vorstellen. Da kommt er! Lauf! Junge! Ich glaube, er hat gar keine Minen gebaut, es war einfach nicht vorgeladet. Macht euch bereit, Zwerge! Wir haben kaum noch Rohstoff. Dann eure Waffen! Ah! Das war nicht so geplant. So, das Gebäude wäre fertig. Waffenzwerge, Waffen! 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 ... Angriff! Ich bin gleich fertig! Wir verwenden nur bestes Material! Ja, alle Hände voll zu gut! Lasst uns bauen, Brüder! Vorwärts! Die Fahrlanz ist unser starker! Vorwärts! Zwerge! Zwerge! Was kommt als Follow-up? warum soll ich keine bauen löst bei mir jetzt der gedanke aus er möchte grieb da oben ist natürlich hoch ich bin gleich fertig mit wehenden bergen in die schlacht ein kopf nach dem anfang wir werden erwartet wo werde ich gebraucht nicht zurück und alle hände voll zu tun braucht jemand ein paar hüter an die wappen zwerge schließt auf schnell sie reißen unsere gebäude nieder wir verwendet ein bestes material auf ins getümmel die 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 Ah, wie ich das hasse. Wenn die Leute festbacken. Ah, wie ich das hasse. 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 Was hat er noch gemacht? Ah, wie ich das hasse. Ah, wie ich das hasse. Ah, wie ich das hasse. Ich weiß nicht, hast du dir festgepackt oder was? Welche? Was? Vor, vorne die Hüter. Ja. Ich habe nichts festgepackt, ne. Okay. Okay. Ich habe nichts festgepackt. Oh, das ist das. Ja. Ja. Oh, ja. Waffen! Seid standhaft! Sie greifen unsere Rohstoffe an! Wir verwenden nur bestes Material. Sie kommen so an! Wir müssen dem Hof der Schlacht sein vor Mutes, Zwerge! Ich bin dabei! Sie greifen an! Wir verwenden nur bestes Material. Das wird nicht gehen! Macht euch bereit! Ich kämpfe an eurer Seite! Aber ich bin noch nicht fertig! Schütz den Minenzahn! Gehen wir! Unsere Gebäude! Schmerzen! Wo werde ich gebraucht? Wir können hier nicht standhalten! Wir werden angegriffen! Habt sie zurück! Seid frohe Mutes, Zwerge! Ausfall! Zum Angriff! Zwingt dieses Pakt in die Knie! Fahrlangsbilden! Der Schießstand ist fertig! Wir verwenden nur bestes Material. Ein Güter! Gehört euch bereit! Ja, jetzt gibt es nur Toilifanten! Zwei reißlose Gebäude wieder! Wir haben hier Rohstoffe! Niemand versteckt sich vor einem Zwerger! Hier können wir nicht bleiben! Ich bin dabei! An die Waffen! Für den König! Gehen wir los! Ah! Hier lang! Ich bin dabei! Hier lang! Ich bin dabei! Ah! Das ist gut! Ich wusste, dass was passiert! Ich kann zwar an eure Seite verlor! Ha! Zutaten unsere Rohstoffe an! Halten sie von unseren genannten Fällen! Dieser Zwerg ist bereit! Waffen, Zwerge! Waffen! Meine Axt wird schwerer! Sie wagen es, den Baummeister anzugreifen! Überlegen los! Wo werde ich gebraucht? Wir verwenden nur bestes Material! Der Baummeister ist gefallen! Ach, Chi-Chi! Ach, Chi-Chi! Wie lange warten Sie denn noch? Chi-Chi! Gehen wir los! Ich kümmere mich darum! Sie haben uns klein genommen! Die Minen sind in Gefahr! Dort kann ich nichts bauen! Sie greift ran! Wie lange waren das jetzt? Ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, weil es eigentlich... Ich brauche keine Zeit, die Zeit haben wir im Blick! Stufe 10 auch, Krieger! Naja... Da haben wir auch was für ihr Geld getan! Wo werde ich gebraucht? Unsere Gebäude! Machen wir uns auf den Weg! Es muss einen besseren Platz geben! Wir machen Fortschritte! Ein Höhlentroll! Sie jagen unseren Baummeister! Wir haben alle Hände voll zu tun! Sie machen all unsere Arbeit zunichte! Sie legen alles in Schutt und Asche! Zeigen es! Sie greifen aus der Ferne an! Hier sind sie! Wo ist der Bauplatz? Schützt den Baumeister! Nein, ein Baumeister! Der Baumeister ist nicht mehr! Wie Gott himm! Ach, also es ist bis dahin, oder was? Das Auge hast du ja nicht eingesetzt, oder? Ne, ich habe vorher dran vorbeigeritten. Es war eben im... Ja. Sagt bei der Gefechtsnebel dann. Ja, ja, er war vorhin auch bei mir, also gegen den Mundpark. Gebäude kann man nicht auf defensiv stellen, oder? Ne. Oben war ja der Baumeister, links stand das Gebäude, also... Gab es eigentlich nur einen Punkt, wo das Gebäude zu sein könnte. So. Landstufe 10, Ork-Bataillon. Die haben was getan, Fehlgeld? Ja, die haben... Waren fleißig bei der Sache. Und ein bisschen schneller als die Zwerge, ne? Ich habe fast eine Viertelstunde durchgehalten. Ich glaube, das ist besser als im letzten Spiel. Ist auch eine größere Karte. Du hättest am Anfang direkt hier, also bei mir eine Mine setzen können. Ich dachte hier, wenn du am Anfang direkt mit zwei Hütern gekommen wärst und darauf Sammelruf und dann hier meine Basis eingegriffen hast, dann wäre es nicht so gut. Jetzt wäre es schwieriger für mich geworden. Und deshalb ist es wichtig, wenn du dann auch nichts bauen kannst, deine Baumaße zumindest schon mal in Richtung meiner Basis, eine oben, eine unten rum, so bewegst, dass ich hier nicht weiß, er baut jetzt vielleicht oben was, bald unten was, oder ist alles nur hier, um mich in die Irre zu führen. Und so war für mich ganz klar, ja, bewegt sie nicht, stehen zu Hause rum, habe ich erstmal nichts zu befürchten, kann ich mehr Schlachthäuser bauen. Hatten wir in der Teamliga noch ein schönes Spiel, wo ich dich in die Irre geführt habe. Mit? Mit meinen Tunneln, wo du dachtest, ich hätte hinter deiner Basis gebaut. Ja, da ging es ja eher darum, wo du den offensiven Tunnel baust. Also Powerkartoff wird immer hinter deiner Basis irgendwas bauen. Wir hatten mal ein fairer FFH, da hat Powerkartoffel, da hat er auch aggressiv mich angegangen, hinter meiner Base, halt mit Tunneln und konnten aber dann zurückschlagen und dann hat er nichts mehr gehabt. Ja, das Problem ist, wenn man dann zu viele baut und dann nichts nachkommt, dann kann das hier schnell schnell wieder in die andere Richtung gehen. So ein, zwei sind gar nicht schlecht und dann im Hintergrund hier gemütlich hier Creepen gehen mit einem Pieken oder sowas. Wenn du zum Beispiel jetzt hier zwei Hüter rausgeholt hättest, oben Sammelruf drauf und dann hier mich beschäftigt hättest, bis ich die beiden Hüter weg hatte und das eine dritte Einheit, eine Piekenpartition gewesen wäre und dann hier die Waage gecreept hätte und danach den Troll, dann hättest du schön das Gastos einnehmen können, Hobbits unten hoch und dann streiten wir vielleicht welche in deiner Klasse machen können. Ja, aber so ein simpler Rush ist jetzt nicht so schwierig mit den Zwergen. Tunnel, alle der Krieger, zwei Hüter raus, vorne ein Tunnel, zwei Hüter raus, Sammelruf drauf und dann defensiv beide, einer links rum, einer rechts rum, hier ein Ressourcengebäude kriegt man auf jeden Fall. Hast du schon gespeichert? Ja. Gut, dann brauche ich es ja nicht zu speichern. Die anderen Statistiken hier noch. Gut, dann Glückwunsch wahrscheinlich zum Gewinn der Liga auch. Nehme ich mal an. Ja, danke. Ich denke, du hast ja bisher alles gewonnen. Bis auf das eine Spiel gegen Sturmer, das 2 zu 1 war quasi. Ja. Gut, dann wird an der Stelle mal die Folge beenden. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.